moin zusammen ich bin es wieder der harm und heute gestattete neue staffel sollte wirklich mal abnehmen das hier ist eine neue staffel und wir sind hier jetzt hier tag 3 und ich meinte zu glauben dass sie jetzt mal ein getreidereif ist aber das ist doch wohl noch nicht so wenn das jetzt nicht so ist ja gut dann machen wir jetzt erst was noch was anderes ich habe das falsche feld im auge entschuldigung hier sind wir falsch wachstum wachstum feld nummer 46 ob ich das noch ein bisschen reifen lassen glaube ich das zu machen ich trage es einfach mal ich brauche geld ich bin pleite und ich muss dünner haben und ja was ich bisher gemacht habe in den letzten tag ich anderthalb tagen ich habe 48 49 43 und fällt 11 angestiegen für 13 28 hat jetzt die zeit noch nicht gereicht weil jetzt gerade eben das welt hier das gästefeld reich ist und ich werde jetzt mit dem drescher schnappen und dann wird ich loslegen aber bevor ich mit dem drescher schnapp kann ich auch jetzt mit mir jeder kleine kollege kann das machen moment die schaltung umstellen da können wir uns einen wagen schnappen ein hänger schnappen und er kann das getreide abfahren ich will ja ohne helfer aber zum abfahren dann würde ich mir doch so meine hänger habe ich hier diese halle eingeweckt ja ich hatte mir in der zwischenzeit auch diesen einen wunderschönen überladewagen aber der funk der funktioniert bei mir nicht mal liter über mal liter nicht über so was das war muss ich zugeben was ich jetzt wirklich nicht so jetzt muss ich mal gucken wo die abladestelle ist aber die ist da dann lasse ich den kollegen hier einfach quer durchbohren genau jetzt kriegt kein herz kasper ich fahr jetzt hier mal kurz in die frucht hier ihr könnt gucken keine kurse drin alles sauber also ich habe nicht gemobelt hier 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 Oh, ich darf das Ausklappen vielleicht nicht vergessen. Ich darf so über den Deckel geknöpfen. Ich darf so über den Deckel wegmachen. So, sieht gut aus. Vielleicht 46 ist er, mein Speicher. Das mache ich wieder genau drauf, nee, hier. Wie ich es früher. Die haben wir auch gemacht, das Feld 640. So, geht 3D. Hoflager. So, fertig. So, jetzt stelle ich die Kollegen aber erstmal zur Seite, weil ich ja erstmal hier andreffen muss. Und erstmal nicht vergessen hier den Deckel aufzumachen. Da da. Da 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 da. deckel auf ich sagte deckel auf hallo wenn liegt das an mir was mache ich denn jetzt falsch irgendwas läuft jetzt nicht richtig hier muss ich erst noch den text lesen so jetzt gehe auf ist eigentlich bescheuert wenn man darauf steht kann man ja nicht wieso kriege ich die nicht auf ach ich bin voll fast mein gott wieso sagt mir das denn keiner so jetzt muss ich den drescher suchen ich weiß das nicht wo der steht ich glaube das ist ja das ist ich dachte hey das kann zacken doch hier Ah, bin ich gelenkig oder bin ich gelenkig? Jetzt geht der wieder nicht, also vergiss ich mir das hier. So, du bleibst es auf. Wo bin ich hier hinten weiter wechselt, also der hat ja einen zarten, wie schnell ist er denn? So übel nicht. Der legt ja ein Tampo vor. Wie werkt er? Jep. Und die 60 ist etwas schlecht. Ja, wer hat den Trecker hier wohl so dördig geparkt? Soll ich ein Vorgewende machen? Ja, wer will ich machen vorgewählte. Das mache ich auch schon mal mit GPS. Ups. Stopp. So kann es bleiben. Aufklacken. Zwei Bahnen werden reichen, wa? Das fahrradio. Ja. Und los. Aber das fahrradio wird es abiert. Und das baut. ganz schön bretter schwarz aber es geht das ganze viel getreide drauf ach ja ich spiele ja jetzt auch auf normalen ich hab ja früher immer auf schwer gespielt dann hat es auch immer gedauert so einmal so einmal so 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 ja das ist das habe ich auf langsam gelassen also dd denn das wachstum habe ich auf langsam gelassen weil ich finde das immer blöd wenn das so und einfach da hoch gesprossen ist und so 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 Ich werde schon mal einmal abtanken. Nicht, dass der Kollege mir hier nachher hinterher kommt und mir das Gemüse fährt, das muss ich nicht. Das Abtanken, das will ich bestimmen. Die Kollegen mal im Aufsetzen. Das wollen wir noch einmal in ... ähm ... Hallo ... Hallo ... Äh ... Das war's für heute. Mal anschalten. Warten wir mal ab. Wenn der Manöver aufgibt, fällt 24. Ich bin doch hier auf dem Feld, wieso komm ich jetzt an den Dachse? Ach, ich bin so geholen. Ich bin so geholen. Ach. Start bei 50. Ich mach Start auf 90, nur wenn ich es mal vergesse. So, weil ich den nämlich immer von Hand rufen werde, okay. Warte bis Füllstand erreicht ist, okay. Ich mach's. Ich mach's. Beginnen. Ja, liebe Freunde. Und wenn ihr wissen wollt, wie's weitergeht, dann empfehle ich euch mal den nächsten Teil. Ich bin jetzt erst mal die Weile mit diesem Teil in die Werk hier beschäftigt. Und, äh, ja. Ich bin Trevor. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dann. Danke. мотри. Nämlich werden wir auf Instagram wieder auf. Chcem mir multitude mal an. Und wir werden in der sentimentalym馳 nennt. Oh Gott. Und das Spiel bis auf.